Hallo und willkommen beim Whisky Waiter und willkommen beim Charity Event. Ja, das diesjährige Kinderherzen Charity Event oder Whisky Waiter Charity Event steht unmittelbar bevor. Morgen geht's los und ich wollte euch mal einen kurzen Überblick über den zeitlichen Ablauf während des Events geben. Ich habe versucht so viel wie möglich die Spenden zu publizieren, aber über den zeitlichen Ablauf habe ich noch gar nicht so viel gepostet. Hat auch daran gelegen, dass ich jetzt zwei Wochen wirklich außer Gefecht war und flach gelegen habe. Deswegen ist da leider ein bisschen weniger gekommen. Das tut mir sehr leid, aber das möchte ich hiermit nachholen. Also morgen am Donnerstag, den 3.10. geht es los. Um 10 Uhr fängt es an und diese wunderschöne Flasche von Trinkkunst, der ein nettes kleines Fass gespendet hat. Also der Sebastian von Trinkkunst hat ein nettes Fass gespendet. Wir haben ein eigenes Bottling für das Charity Event dieses Jahr. Trinkkunst Charity Edition. Wird auch noch ein Video zukommen. Ist exklusiv für das Charity Event und die wird am Donnerstag um 10 Uhr online gehen bei Trinkkunst im Shop. Parallel dazu wird um 10 Uhr die Premiere zu meinem Video dazu kommen. Es gibt 41 Flaschen. Unpeatured, Natural Color, Non-Shirt Filter, Matured NX, Bourbon Cask, Finish in Portweinfässern. Ist ein Ox Whisky Charity Edition abgefüllt mit 47% exklusiv für Kinderherzen. Wer Trinkkunst kennt, der weiß auch, dass das diese coolen Stoffetiketten sind. Könnt ihr euch drauf rauen. Damit geht es am Donnerstag, den 3.10. los. Weiter geht es Donnerstag Abend um 21 Uhr bei Friendly Mr. Z auf dem YouTube-Kanal. Um 21 Uhr ist das Mystery Tasting. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Genauso wie die meisten von euch, soweit ich weiß. Sascha hat nur verraten, er kennt die Whiskys selber nicht. Oder er hat sie selber noch nicht getrunken. Ich bin super neugierig. Es kommen wohl sehr viele Leute mit vor die Kamera. Von daher pünktlich, wie es beim Sascha so ist. Also kurz nach neun wird es losgehen. Bei Friendly Mr. Z auf dem Kanal. Während der ganzen Zeit kann übrigens schon auf der Kinderherzenspendenseite gespendet werden. Die werde ich euch auch mal verlinken und einblenden. Die Seite ist schon online. Also ab jetzt dürfen auch schon Spenden gemacht werden. Ja und dann geht es weiter mit Freitagabend 18 Uhr mit der ersten Whisky-Auktion bei mir auf dem Kanal. Bei The Whisky-Waiter ist die erste Whisky-Auktion. Wir werden das auf zwei bis drei Tage aufteilen, weil es einfach so unfassbar viel zusammengekommen ist. Ich habe über 250 Artikel beim Whisky zusammen. Ich habe über 30 Artikel beim Rum zusammen, was ich sehr gut finde dafür, dass es die erste Rum-Auktion ist. Die Auktionsartikel könnt ihr auf der Homepage sehen. Den Link blende ich euch auch mal ein. Wir werden aber nicht in der Reihenfolge, wie sie aufgelistet sind, versteigern, sondern wir werden uns so ein bisschen nach den Zuschauerzahlen richten. Einfach weil wir so spannende Abfüllungen haben, wie nämlich Tickets für ein Event mit Annick und Marco, wie ihr wisst. Es wird wieder Ados-Etiketten geben. Es wird wieder ein St. Kilian-Exclusive-Bottling geben. St. Kilian hat wieder ein eigenes Bottling für das Charity-Event auf den Markt gebracht mit sechs Abfüllungen, sechs Flaschen. Ja, also auch in diesem Jahr könnt ihr sowas ersteigern. Absolutes Highlight der Auktion ist sicherlich der Ben Romach, 40 Jahre, den Kirsch Import gestellt hat. Also es sind sehr, sehr tolle Sachen bei. Auch der Indri Dali, ich komme nicht drauf, wie er heißt. Ich weiß es gerade nicht, tut mir leid. Ein sehr exklusives Petit PX-Cask, was es so auch kaum gibt. Es gibt den nur auf den Messen zu probieren und ihr habt eine Flasche hier in der Auktion. Also es sind ganz tolle Sachen dabei. Deswegen geht es los, Freitagabend 18 Uhr. Ende offen. Wir gucken einfach, wie lange die Zuschauer mitmachen. Ende offen. Wir streamen aus dem Hotelrestaurant zum Schwanen in Wermelskirchen. Da müssen wir mal gucken, wie lange wir da machen können. Weiter geht es dann am Samstagabend wieder um 18 Uhr mit dem zweiten Teil der Whisky-Auktion, damit wir dann so viel wie möglich durchbekommen. Und am Sonntagabend um 18 Uhr starten wir zuerst mit der Rum-Auktion. Da werden wir dann die 30, etwas über 30 Sachen aus dem Rum-Bereich versteigern. Und sobald die durch sind, werden wir, falls dann noch was übrig ist, wovon ich ausgehe, mit den Whisky-Sachen weitermachen. Und wer dann noch nicht genug hat, also ich hoffe, dann sind wir mit allen 280 Artikeln plus 100 Tickets für das Event bei Marco in Brühl durch. Falls nicht, müssen wir nochmal überlegen. Und wer dann noch nicht genug hat und wer dann noch was im Portemonnaie hat, dem sei gesagt, am 12.10. geht das Ganze weiter. Ich weiß, es gehört nicht mehr zum Charity Weekend, aber wir haben uns entschieden, das so aufzuteilen, weil es einfach sinnvoller ist. Am 12.10. um 17 Uhr gibt es dann eine Whisky-Auktion bei den Bourbon Diaries, wo es vermehrt um amerikanischen Whisky gehen wird, Bourbon Rye. Und weil die auch so viel zusammenbekommen haben, geht es da am 13.10. um 15 Uhr weiter mit dem zweiten Teil der Whisky-Auktion, damit auch da alles an den Mann gebracht werden kann. Es ist also Wahnsinn, was da zusammengekommen ist dieses Jahr. Also man hört immer, dass es der Szene schlechter und schlechter geht und umso mehr freut es mich, dass in der Whisky-Community aber der Gedanke an Gutes tun immer noch so groß ist. Also es haben unfassbar viele Community-Mitglieder was gespendet, aber eben auch die Industrie, ganz viele Händler, Importeure, Hersteller, Brennereien. Da sind super tolle Sachen zusammengekommen und ich muss sagen, auch wenn es dem einen oder anderen bestimmt nicht gut geht, es waren sehr, sehr viele sehr, sehr großzügig, was ich in diesem Umfang nicht erwartet hätte und von daher kann ich schon jetzt aus tiefstem Herzen sagen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was für eine Summe am Ende dabei rumkommen wird. Spendenziel sind roundabout 40.000 Euro, also ich würde mich einfach freuen, wenn wir mit Spendensumme vom letzten Jahr nochmal toppen können. Ob das machbar ist, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich bin super gespannt, ich freue mich auf das Event, ich hoffe auf richtig gute Gebote und auf eine richtig gute Stimmung. Personell sind wir ein bisschen dünner besetzt als die letzten Jahre, von daher ich weiß, dass viele von euch sich ein bisschen mehr Organisation gewünscht hatten. Ich hoffe, wir kriegen es hin, also ich bin optimistisch, dass ich gut vorgearbeitet habe. Wir werden sehen. Ich glaube, für nächstes Jahr muss ich mir tatsächlich ein richtiges Team mal auf die Beine stellen. Aber ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, haut sie bitte in den Chat oder schreibt mir eine WhatsApp. Vorabgebote, falls ihr bei den Auktionen nicht dabei sein könnt, könnt ihr mir natürlich jetzt schon per WhatsApp oder E-Mail schreiben an thewhiskeywaiter.gmail.com. Jeweils mit der Auktionsnummer, wenn möglich. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn möglichst viele von euch live dabei sind beim Charity Event 2024, um wieder ein richtig geiles Event zu veranstalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Zusehen.